So, also bevor wir jetzt eine kleine Pause machen und euch die Möglichkeit zum Aufsuchen der Versorgungsstände geben, weisen wir auch nochmal auf unseren herrlichen Stand hin. Wir haben absolutes Fachpersonal an diesem Stand positioniert. Das ist der Bender, der dort schon auf euch wartet. Eigentlich heißt er Igo, aber wegen Arbeitsamt Leipzig nennen wir ihn Bender. Und zwar, der ist ganz freundlich, wenn ihr also Fragen habt zu unserem Festival oder zu unseren CDs oder ihr braucht noch eine Unterschrift von uns als Befreiung für den Arbeitgeber morgen. Das geht auch. Ihr könnt auch die Telefonnummer eurer Arbeitsstelle hinterlassen. Wir rufen dann morgen früh für euch an und sagen, dass ihr verhindert seid. Das machen wir alles für euch. Und wir machen noch was, bevor es in eine kleine Pause geht, bieten wir euch noch einen kleinen Urlaub mit uns an. Ich meine, es regnet zwar nicht, aber es könnte mehr Sonne sein. Deswegen die Frage, habt ihr Bock auf Sonne? Gut, dann gibt es jetzt noch einen kleinen Urlaub. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020